Das erste Hinspiel im Champions-League-Halbfinale ist gespielt. Der FC Bayern und Real Madrid trennten sich in einem großartigen Spiel mit 2 zu 2 und in diesem Video analysiere ich das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften. Wie erwartet gab es von beiden Teams kaum hohes Pressing, das sehen wir auch hier. Bayern drei hohe Ballgewinne, Real Madrid nur einen. Das sind beides keine allzu krassen Zahlen, denn man hat nicht wirklich hoch attackiert. Bayern noch ein bisschen eher, aber an sich haben beide Teams gegen den Ball schon eher abwartend agiert, vor allem Real Madrid und deren Grundordnung war dabei, wie wir hier sehen, ein 4-4-2, wobei Rodrigo links gespielt hat und die ersten beiden Anläufer Vini Junior und Bellingham waren, die dann meistens auch versucht haben, die beiden Sechser von Bayern zuzustellen mit Leimer und Goretzka. Das sehen wir auch hier nochmal ganz gut, wenn wir betrachten, was Bayern in der ersten Halbzeit mit Ball gemacht hat gegen dieses 4-4-2 von Real. Und zwar sah das dann meistens folgendermaßen aus, du hattest beide Sechser tief bei den Innenverteidigern. Dadurch, dass die ersten beiden Anläufer von Real immer bei den Sechsern waren, hast du auch die Innenverteidiger weiter auseinanderziehen können. Sieht man hier auch ganz gut, da ja links und Kim rechts ziemlich weit auseinander, einfach weil man somit dann mit den Innenverteidigern gut um das Mittelfeldpressing von Real herumspielen konnte. Du hattest dadurch dann auch die Möglichkeit, die Außenverteidiger hochzuschieben, links Masraoui, rechts Kimmich, die jeweils die Breite besetzt haben. Dadurch konnten dann die nominellen Flügelspieler von links Sané, von rechts Musiala ins Zentrum einrücken und dann hat sich ein ganz interessantes Konstrukt gebildet. Meistens wie hier so eine Art Box aus Müller und Kane als Stürmer in letzter Linie und Musiala und Sané als Zehner direkt dahinter, auch mit extrem geringen Abständen, fand ich auf jeden Fall sehr interessant, denn somit hattest du immer im linken Halbraum Kane und Sané, im rechten Müller und Musiala und konntest da dann auf engem Raum kombinieren, falls du den Ball dorthin bekommen hast. Und in der Anfangsphase, in den ersten 15 bis 20 Minuten, hat das ja auch relativ gut geklappt. Auch hier sehen wir diese Systematik nochmal ganz gut von oben. Bei Real hingegen sehen wir hier auf der linken Seite, hat sich Valverde des Öfteren dann fallen lassen, um in der letzten Linie nicht überladen zu werden. Dementsprechend hat Real dann auch des Öfteren eine Fünferkette gebildet, war da also auch flexibel gegen den Ball mit Valverde. Bayern hingegen wurde immer wieder über die Halbräume mit Sané links und Musiala rechts gefährlich. Hier ist ein Beispiel mit Musiala rechts, einfach weil es bei ihm des Öfteren geklappt hat, dass er den Ball in den Fuß bekommt und dann halt perfekt auftritt in den rechten Halbraum. Und er hat das auch, wie gesagt, des Öfteren sehr gut gemacht. Allerdings hatte er halt schon einen ordentlichen Gegnerdruck und hatte immer Probleme, sich da rauszudrehen, beziehungsweise er hat es oft gut geschafft. Aber es war halt relativ schwierig, da er immer sehr viel Gegnerdruck hatte, sei es vom Flügelspieler, vom Außenverteidiger oder vom zentralen Mittelfeldspieler von Real. Wer haltet das mal im Hinterkopf für später? Allerdings war es ja aus Bayerns Sicht so, dass man trotz eines guten Starts dann realtypisch ziemlich aus dem Nichts in Rückstand geriet. Da bekommt Groß keinen Druck und kann dann Vini Junior in dem von ihm selbst kreierten Raum anspielen, da Kim unnötigerweise mit rauszieht und weder Dyer noch Kimmich den Fehler ausmerzen. Einfach ein guter Move von Vini Junior, der kurz kommt und dann eben schnell die Richtung ändert und in die Tiefe startet und auch wirklich ein perfekt getimeter Pass von Toni Groß. Ansonsten stand Bayern aber wie schon gegen Arsenal konsequent in einem 4-4-2 Block, wie wir hier sehen. Groß, der hier gelb markiert ist, konnte das Spiel immer wieder aufbauen, ließ sich auch häufig fallen, um einen Dreieraufbau zu bilden gegen die zwei Anläufer von Bayern und wurde dabei nicht wirklich gehindert, er konnte das Spiel von hinten raus aufziehen. Allerdings wurden sie in der ersten Halbzeit bei Real nur selten wirklich gefährlich. Sie hatten diese eine Situation, die zum Tor geführt hat, aber ansonsten halt fast gar nichts. Aber das war auch wieder ein Sinnbild für den relationistischen Ansatz von Real unter Angelotti. Die Spieler offensiv hatten extrem viele Freiheiten. Sie haben es meistens sogar ähnlich wie Bayern aufgebaut, die zwei Innenverteidiger, die zwei Sechser mit Juameni und Groß davor. Und ansonsten hattest du die Außenverteidiger in der Breite, ja, aber die kompletten restlichen Spieler konnten frei rotieren. Und dann entstehen bei solch eingespielten Spielern mit viel Spielwitz einfach mal solche Aktionen wie beim 1-0, als Winnie Jr. eben Kim aus der Kette zieht. Zur Halbzeit nahm Tuchel dann mit der Einwechslung von Guerrero eine entscheidende Umstellung vor, da man nach dem guten Start nur noch selten in die gefährlichen Zonen kam und auch auf den Rückstand reagieren musste. Das Spiel ist nämlich gegen Ende der ersten Halbzeit enorm abgeflacht. Beide Teams hatten nur noch ungefährlichen Ballbesitz, also nicht wirklich in gefährlichen Zonen. Gerade bei Bayern fiel das auf, dass man viel um Real herumgespielt hat, aber nicht mehr wirklich in die Halbräume kam, um dann mit Tempo mal aufzudrehen, weil Real es dann auch viel kompakter verteidigt hat. Bayern spielte mit Ball nun in einem 4-3-3 mit tieferen Außenverteidigern, Leimer als alleinigen Sechser, Guerrero und Müller als hohe Achter und Sané und Musiala als Touchline-Winger in der Breite, also immer ganz außen an der Außenlinie. Und so kam man deutlich besser und vor allem mit weniger Gegnerdruck in die Zwischenräume. Anhand der Entstehung des 2 zu 1 sieht man auch, warum dies der Fall war. Auf der ballnahen Seite haben nun die Bayern Außenverteidiger den Real Flügel gebunden, der Bayern Flügel den Real Außenverteidiger und Kane der Stürmer den ballnahen Real Innenverteidiger. Somit kann der Halbraumspieler, in dem Fall Müller, bei erfolgreichem Überspielen des Mittelfelds mit mehr Platz aufdrehen und mit deutlich weniger Gegnerdruck, weil die meisten Realspieler einfach von Bayern-Spielern gebunden werden und er somit viel mehr Platz hat aufgrund der veränderten Systematik. Müller kann dann den Ball treiben, Kane zieht die Innenverteidiger weg, Guerrero zieht Rechtsverteidiger Vazquez weg, öffnet somit den Raum für Musiala, der links ganz außen war und dann ins 1 gegen 1 gehen kann und den Elfmeter zieht. Musiala hat Vazquez aber generell sehr oft alt aussehen lassen, nachdem er auf den linken Flügel gestellt wurde. Hat ihn da mehr verstehen lassen und wirklich schwindelig gespielt, ist auch kein gelernter Verteidiger, aber das war schon wirklich sehr stark von Musiala dann auf dem Flügel. Und diese Halbzeitumstellung von Tuchel hat sich in doppelter Hinsicht ausgezahlt. Einerseits die eben angesprochenen Pässe auf die Halbraumspieler, die dann einfach mit weniger Druck und mehr Zeit am Ball aufdrehen konnten. Andererseits das Isolieren der Flügelspieler gegen die gegnerischen Außenverteidiger, um ein 1 gegen 1 zu erzeugen und per Dribbling aufzulösen. Wie gesagt, auf links hat das oft mit Musiala geklappt, aber so ist es auch geschehen beim Ausgleichstreffer von Sané auf der rechten Seite. Da verlagert Leimer, den ich hier auch mal an der Stelle loben muss, sowohl mit Ball, aber vor allem auch gegen den Ball ein herausragendes Spiel gemacht und bringt Sané auf der rechten Seite dadurch in ein 1 gegen 1. Durch das Hinterlaufen Kimmichs, das ja auch wirklich wichtig ist, attackiert Mondi ihn nicht, weil er einfach zwei Spieler verteidigen muss. Sané zieht nach innen und er zielt dann das 1 zu 1. Nur kurz nach der Führung hat Bayern sogar nach bekannten Muster die Chance auf das 3 zu 1. Hier hat Groß das Zentrum geöffnet, Leimer findet Müller zwischen den Linien, Sané bindet Mondi, Nacho zieht dieses Mal auf Müller raus und öffnet damit den Raum für Kane in seinem Rücken, der dann die Chance vergibt bzw. durch gutes Verteidigen von Rüdiger gar nicht wirklich zum Abschluss kommt. Aber Real Madrid wäre nicht Real Madrid, wenn sie nicht doch noch zurückkommen würden. Bayern verteidigte nun weiter tief im 4-4-2, doch Real übernahm jetzt die Initiative. Erst die Chance von Vini Junior hier nach gutem Pass von Modric über die Kette hinweg, da war er durch und scheiterte dann ein Neuer. Aber sie blieben in der Phase dann auch dran und waren spielbestimmend und dann kam der Elfmeter zum Ausgleich. Da war Bayern zunächst viel zu passiv gegen Vini Junior und der findet dann Rodrigo im 16er, der gegen Kim den Elfmeter zieht, nachdem dieser zunächst nicht die Innenbahn verteidigte und sich da nicht anders zu helfen wusste, als Rodrigo zu faulen. Im Endeffekt handelt es sich um ein verdientes Unentschieden im Hinspiel, da jedes Team seine Phasen hatte. Es hat sich gezeigt, dass es sich um ein Duell auf Augenhöhe handelt, bei dem beide Teams Lösungen finden können, um dem anderen wehzutun. Und das lässt den Ausgang im Rückspiel wirklich komplett offen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es ausgehen wird. Genauso gespannt wie auf eure Einschätzungen und eure Kommentare. Schreibt es gerne unten rein. Lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt und es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Haut rein und ciao.